hey leute und willkommen zu einer neuen folge von der fifa 21 koop spieler kehrt zusammen mit dem jan ja guten morgen miteinander wir spielen gegen den forest beziehungsweise spielen wir nicht wir haben hier ja also primary läuft ja allgemein nicht gut aber weder mit uns noch ohne uns das so spielen wir halt jetzt das pokal spiel das ist total wichtig und da sind wir auch immerhin gewonnen und hier guck mal wir haben sogar gewonnen also richtig richtig gut aber das ist auch platz 19 gewesen also es ist wirklich wir brauchen mehr punkte ja aber an der stelle bin ich jetzt erstmal schon mal zufrieden an dieser stelle bin ich eben auch zufrieden ja dann ging es auch ein paar tage später auch wieder nicht in der startformation denn wie gesagt pokal ist dann direkt danach gegen arsenal und ja gegen southampton haben wir ja sogar in jans folge gespielt also schaut unbedingt da vorbei rechts oben beim i verlinkt und da haben wir aber ja das spiel ja schaut sich einfach an war auf jeden fall so i don't know alter wir spielen nicht und es läuft das freut mich sehr jetzt wie gesagt in dem pokal also zwei spiele jetzt simuliert zwei spiele gewonnen mit der b-mannschaft es wurde ja mal reingeschrieben dass wir nicht ganz so viel rotieren sollen aber ich denke schon dass der trainer das ganz gut macht weil muss ja auch denken wenn man immer die erste mannschaft spielt dann es geht halt nicht immer also es ist wir haben ich glaube acht spiele in dem ganzen monat drin gehabt also es ist halt schon heftig in vier wochen acht spiele also so liebe leid sie wusste nicht was das für ein pokal ist aber es ist aber es gibt ja noch ein pokal wir spielen nach dem spiel noch ein pokal sogar mit hin und rückspieler es ist ein anderer pokal zehn pokal ist ja echt krass hauptsache dass man ungefähr acht spiele im monat hat korrekt ich bin da du nicht perfekt es gibt drei verschiedene pokal dies erst mal so standardmäßig gibt fa cup kaubau cup und efl oder sowas in der art weißt du ich kenne mich mit dem fußball aus aber es ist wirklich efl fa und kaubau und das mit hin und rückspiel ist glaube ich kaubau ja ich habe keine folge bei mir hatten wir efl ja ich weiß ich kenne mich mit fußball aus deswegen weiß ich das ja ich bin ls nein nein guglot ach mann alter 1 zu 0 gibt es doch nicht alles pokal also wir müssen auch drüber schießen ehrlich ja wenn es liga werden müssen wir nicht aber so geht dann auf geht die flanke kommt von dem einfach immer zu kurz so und wir haben wenn du vor das so blöde alter wo mein gott er gar nicht er gar nicht ihr werdet von meiner position alle dann was auch sein so läuft gut ja klar die fliege der so aus dem pokal raus und dann aus dem nächsten auch aus dem nächsten auch gutes hinspieler läuft da also jetzt ja ich mache gute pässe und mal kann aber keine tore schießen jawoll 1 zu 1 i come to you oh mein gott das ist auch wieder hier also hat nur weil durch die münche nicht funktioniert durch die münche wie ich sie und fahrer und mein mann scheister united funktioniert ah nice sehr schön 1 zu 1 ganz ganz wichtig ich würde pass mal bei mir mit der leise drehen das ist jetzt mein erster ja 1st goal hier ist auch das erste fiel ich habe keine ahnung stand da unter drei weiß ja nicht was sie hieß ja kennst du dich erstmal nicht mit fußball aus dass du so unwissen ist so wie kann man das sein ich würde ich würde ich würde ich würde ich würde ich würde ja nicht mal als mensch beschreiben so was allgemeinwissen ich würde dich niemals mensch beschreiben wie kannst du nur fußballfan sein und so alter das war kein faul jungen rot so sicher rot einfach so sicher war das eigentlich jungen du hast den mies hart getroffen ich habe von hinten ich habe den ball gespielt und dann habe ich ihn erst getroffen also das finde ich schon ein bisschen frech oh mein gott alter das war fein jetzt schlecht halbe zeit richtig oh ich muss meine batterize bei der funkstrecke aufsetzen ich dachte so ich wechsle den controller oder ich nehme kurz den anderen warte und jede halbzeit so kurz wechsle das macht ja auch nichts aus ja ja die schnauze die batterie wiiiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiui das tut mir leid ja ich würde auch nicht darauf gehen an deiner stelle er sagt halt ohne spaß ich muss es sagen und ich sage jetzt nicht mehr an deiner stelle sondern an der stelle immer dann ist schon mal so ein punkt wo man es öfter einfach so öfters öfters an der stelle würde ich auf einmal drei mitarbeiter noch einstellen einstellen ich fände es so gut wenn chris sich so meldet so okay ich habe drei rausgesucht die können heute abend mitarbeiten er sagt sogar ein paar oder fünf leute kommen heute abend kann überhaupt steppler mehr machen das weiß ich nicht aber das ist ein versuch wert jetzt schuss oder zurückziehen ich wollte dir passen hand elfmeter yes nein ich schieße auch gerne wenn du willst vor allem er hat uns erst mal so alter er hat uns vor allem noch so gefragt so wollt ihr den vorteil nehmen oder nicht soll ich schießen noch nicht ja mach halt ihr mach halt jawoll du bist so ein guter elfmeterschütze 2 zu 1 ich will zu dir und du gehst einfach weg es geht doch nicht mehr und ich versuche zu dir zu kommen ich packe gerade alles los ey ich habe den Handel mit der ja auch rausgeholt das ist nur verdient dass ich den gemacht habe ich habe zu dir abgespielt würde ich nochmal sagen ja und ich habe geschossen wie ein Irrer wie ist der hat so nach links gezuckt und also nach rechts von seiner Sicht aus und dann wie ist der hat so irgendwas ja der trainer ist so solidar der trainer ja der trainer konnte nicht früher stoppen alter hast du den lupfer gesehen da muss man erstmal so cool sein und den lupfer machen hast du die Vorlage gesehen das war auch richtig gut ja wirklich aber dass ich da doch noch gut vergeschafft habe lol er hat auch geschrieben bei mir bei dir oder alter wie gut war das passt nochmal bin so schlecht ich wollte gar nicht so stehen bleiben ich wollte eigentlich oh nein also eigentlich hätte ich an der Stelle direkt geschossen so wie ich ja eben aber dann hätte es nochmal passen können ich wollte halt nicht mit dem linken Fuß aber an dieser Stelle wäre das natürlich besser gewesen an der Stelle ja schon oh mein Gott gleich 3-2 ich hole den Torwart raus oh mein Gott Michael oh alter das war absolut mein Fehler damit habe ich ja gar nicht gerechnet was waren hier das war übrigens keine Hand Jogi wie lost kann man den eigentlich daneben ballern 3-1 Abpfiff jetzt gut dass wir es noch gewonnen haben also ganz ganz wichtig und jetzt der nächste Pokal let's go warte hier noch kurz abholen ich weiß schon was dich in der Schärbchens League erwartet hey Michael ja weiß ich warte ich 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 oh Jan 1 Meter das musst du passen oh du blöder Uhrensohn alter das war ja mega lost alter das muss ich mir nochmal angucken wie er mir das Bein einfach weg zieht alter nein das war die KI die the left lag the left lag du meiner schreit richtig oh oh stimmt es ist äh Thumbnail ich muss eigentlich meinen anwählen das ist besser das ist besser voll am Knie getroffen du bist echt ernst und ich richtig am heulen Roland okay geht mal da Beste wäre wenn ich mich verletzt hätte dabei ja oder ja ich so wie bei mir gestern 7 Monate lol ja du bist auch lös nein ich hab schon gedrückt oh das war alles so lost oh mein Gott ich werde hier fast wieder reingerannt guck du bist mir auch grad einfach nur in die Grätsche reingerannt hast du es gerade gesagt alle Beweise sprechen gegen dich alle Beweise schneide ich raus alter ich hab die Beweise hier Tottenham Hartsburg ist noch besser als Arsenal ja wie willst du denn das weiß man ja siehste das haben sie richtig gut gespielt auf die Grundlinie Karobao Cup ist EFL ich hab's die ganze Zeit genau so gesagt die haben bis zur Grundlinie gespielt schöner Pass in Rückraum 1 zu 0 schlecht gemacht so hast du es damals auch noch bei Dortmund gemacht und jetzt bist du so abgehoben geworden nicht unter Kontrolle nicht unter Kontrolle nicht unter Kontrolle guten Morgen cooler Pass Alter 11 Meter aber ich mach ja nie faul es ist eine faire Gage oh nein nein okay wir sind raus ja es ist halt Hinspiele aber es ist schon aus als so schmeckt richtig ja wenn keine Gelbe keine Gelbe sag ich doch kein Foul es muss ein Bug sein ey guck mal wie ekelhaft die hinten stehen es sind so viele muss ich kurz zurückziehen nein da darfst du nicht schießen ja ich wusste nicht ob ich jetzt noch warten soll aber zurückziehen kann ich nicht zwei okay Ecke ist okay jetzt ach das ist doch ein Foulspiel von denen die haben mich doch geschubbt ja genau der Trainer hat es auch gesehen ja genau so der Trainer beschwert sich so ja genau genau ich bin ich und ich verliere jetzt gerade das Spiel nein nein wir drehen das noch 2-2 schaffen wir ey lauf doch in die richtige Lücke ja passt doch zu mir oder ja wenn du links langläufst dann passe ich auch ich bin aber nicht links gelaufen ja warum nicht da hättest du mal rechts passen können oder komm jetzt oh du elendiger das der Schiedsrichter ist so parteiisch das habe ich gerade schon immer gesehen deswegen habe ich auch keine gelbe Karten bekommen 25% Ball wird jetzt so gut ja das ist ja das Problem also sonst wären wir halt einfach das ist halt so gut einfach ja natürlich über die Anlage weil es nicht höher über Kopfhörer oder was nein du machst ja über den Monitor ey ey wahrscheinlich ey ey block doch nicht mal einen Schuss alter wie du rufst 2-1 wir werden bitte weiter ey ja steht er da einfach in der Schusslinie von mir ich dachte du passt halt ja wo soll ich denn hin passen ja ey das Tor wäre nicht gefallen hätte ich das Tor erschossen erschossen ja ja schieß dich fucking Alter es gibt es gleich einen Elfmeter weil ich komplett ausraste oh mein Gott Alter ich hab mal den Kopfhörer rausgerissen ich hör dich nicht aber was war das denn so raus wir sind so hart raus 4-0 sonst hör ich dich auch wieder ja raus ja fast das lief erdrückend gegen Watford sind wir nicht in der Startformation weil wir einfach wir müssen ja auch fürs Rückspiel irgendwie wieder ja nicht mal da gehen wir wir sind so raus aus allen Wettbewerben so Leute wir spielen eine Premier League da die es ja auch immer nicht so gut bisher sehr erdrückend ja alles und naja jetzt gegen ersten Villa ich hoffe Mike die Pässe ich spiele sehr viele Pässe ich spiele siehst du das ne ne aber wir müssen wenn uns beide wieder so ein bisschen so zusammenreißen und mein Controller gut wäre dann ja ok ich reiß mich jetzt richtig zusammen ok ich reiß mich auch zusammen also für dieses Spiel auf jeden Fall und natürlich für das nächste Spiel auch ja für das nächste Spiel auch ne für das nächste Spiel nicht mehr oh Elfmeter Schieß Elfmeter Wieso bin ich also ähm ich kann dich gerne das machen lassen ja ich schieß das ich übergebe das jetzt an dich was war es eigentlich deswegen gab es überhaupt eine Feder ja wahrscheinlich Hand ja hier da war keine Hand im Spiel der Druck ist jetzt da alter Joke ich bin so gut ja mit dem Stick kann man das nicht anders machen also sehr schön 1 zu 0 wichtig dass wir einen frühen Führungsserfer ist schon wichtig es ist einfach so ja das stimmt also ich hab zwar immer noch in der Wiederholung auch kein Handspiel gesehen aber ist mir egal ey Jan ich hab Flanke gefordert und ich hab den Ball gehabt den Ball den Ball ja ich hab von dem davor die Flanke gefordert und bin da halt so längs gerannt ja Hublot oh nein ja nein nein oh mein Gott ey das ist so dreckig ich hab ja auch selber gesehen dass ich meinen Ball natürlich zu weit vorgelegt hab das ist ja dann auch gesagt und dann hab ich einfach so gehofft dass es passiert dass er trotzdem reingeht dann kam er zu dir und ich dachte mir so oh ja und dann nein und dann ja und dann nein und dann nein und oh Hublot Joke was war das für ein Ding weil es gerade eingezeigt wurde so heftig ja jetzt hat es gerade Hublot angezeigt er hat keinen Eckball per Kopf reingemacht und jetzt so ein Ding das war ja ein seit Rückfalldreh ziehe 360 Grad in den Winkel aber auch noch also Junge alter heftiger Scheiß 2-0 ganz wichtig vor der halbe Zeit jaja das ist so cool das wird eng jetzt aber du kriegst hin ja schieß ey warum ist beinah so langsam geworden du hast einen Schritt irgendwie nach rechts oder so gemacht das war nicht passiert ja den hab ich auch nicht gedrückt man ey sorry aber ach passt ich hatte schon gedrückt gehabt und der Schuss hat auch gepasst 3-0 wichtig ganz ganz wichtig es ist wirklich so also das muss sein dass wir hier das Spiel wieder mal gewinnen so wie in der Hose immer oh man du hast so viele Chancen heute schon vergeben oh ich bin wieder verletzt ey ja musst du grätschen oh ja hab ich gemacht just in dem Moment ist meine Kamera rausgegangen ich würd's auch weiter spielen lassen das wäre so cool wenn wir jetzt so ein Tor gemacht hätten wir haben nicht zu null gespielt aber ist auf jeden Fall trotzdem nicht schlecht ähm 3-1 endlich mal in der Premier League gewonnen ich bedanke mich jetzt fürs Zuschauen schaut unbedingt bei Jan vorbei rechts oben beim i verlinkt da fliegen wir nächste Folge aus dem Pokal raus also das werde ich definitiv nicht verpassen ich freue mich wenn ihr wieder mit einschaltet macht's gut bis dahin haut rein und ciao 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 ciao